In unserer Größenordnung ist es sinnlos ein eigenes designiertes Recruiting zu haben. Deswegen ist es immer schön, wenn man das auslagern kann. Es ist ein sehr komfortabler Weg. Ich erspare mir sehr viel Zeit, indem ich selber Analysen machen muss. Indem die Firma Randstadt mir dann auch nur zielgerecht die besten Kandidaten vorschlägt, ist, dass es eine unglaubliche Zeitersparnis für mich ist. Ich habe nur vier oder fünf Gespräche geführt und es ist schon sehr sehr effektiv. Bis zum nächsten Mal.